Mama? Mama? Geh mal in die Augen. Papa ist doch hier. So, wir können das nicht gehen. Eka! Lass dich doch nicht mal hoch. Nee, ich würde mich fertig machen. Ja. Dann brauchst du keinen am Baden-Simmer. Nein, ich meine den Enkel nicht, dass du ihn runterfällst. Eka! Geh zum Papa! Eka! 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 Mama! Mama! Opa! Ja. Ja.